Guten Morgen, heute ist der erste Tag unserer großen Radtour dieses Jahr von Rom nach Sizilien. Wir sind heute in Castel Gandolfo und im Hintergrund habe ich den schönen Albana See, einen der beiden, die sind aus einem Vulkan entstanden und ist sehr schön anzusehen. Wir fahren heute ein paar Kilometer und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Stop. Bis zum nächsten Mal. Tag 1 ist geschafft. Wir sind in Sabaudiya angekommen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hier ist der Bus, wie man das mal sieht, da kommen die Fahrräder rein. Und damit fahren wir hin und her und da wird unser Gepäck hin und her getragen. Hier ist das Hotel und langsam geht im Hintergrund die Sonne unter. Mir ist Zeit mal zu duschen. Tschö. Morgen, wie immer früh, nicht meine Uhrzeit. Heute machen wir uns auf den Weg nach Neapel, aber wir werden nachher noch mit dem Bus mitgenommen, damit wir den Höhenpass nicht mitnehmen müssen. Bis dann. Mama. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir machen nämlich gerade Mittagspause und danach fahren wir noch 17 Kilometer, bis wir vom Bus mitgenommen werden. So, wir haben es geschafft. Wir sind in Formia am Hafen angekommen, hinter mir ein wunderschönes Panorama mit Meer und Schiffen und all dem Klippim und Bums. Wir nehmen jetzt da hinten unseren Bus wieder und fahren die letzte Etappe dann nach Neapel durch die Berge. Bis dahin. Tschüss. Der zweite Tag ist geschafft. Busfahrt war jetzt wenig. Nervenaufreibend. War nicht viel zu filmen. Und ja, wir sehen uns morgen. Ich bin müde. Ich blende alles mögliche für euch allen. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Tschüss. Tschüss. Musik. 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 Bananenpause. Und eine Entguchteneinzahl. Musik. 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 Wir sind in der Stadt. Amalfi angekommen. Eben die ganze Zeit an der Küste entlang gefahren. Jetzt habe ich mir Pomodoro Mozzarella geholt. Und hier ist eine Menge los. Ja. Wir machen gerade Mittagspause und ich glaube ich geht es weiter. Musik. 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 Der Tag endet wie er begonnen hat. Mit mir müde. Wir sind in Paestum. Und hinter mir ist noch eine Tempelanlage, zu der wir mit dem Bus gefahren sind. Ich freue mich jetzt auf eine warme Dusche und eine Portion Essen. Und viel schlafen. Und viel schlafen. Good morning in the morning. Ja. Ich habe mich wohl gestern etwas erkältet. Wir starten heute von Santa Marina. Und wo ich noch einmal den Skalea angekommen bin. Ich bin ganz sicher, wenn man es ausspricht. Ich hatte gestern leider noch einen Platten gehabt auf der Fahrt. Aber dank Hilfe war der schnell wieder gelöst. Und wenn man heute auch ganz besser läuft. Dann melde ich mich mal in der Mittagspause wieder. Tschö. 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 Altin Aude. Wir machen jetzt Mittagspause. Unser Bus steht hier am Straßenrand. Bei einem Schatten. Und danach fahren wir nochmal 20 Kilometer. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Hotel. Weitere etwas früher als sonst. Ich bin auch wieder hell wach. Nase schalten bereits zusammen. Die letzten Kilometer sind noch mal sehr windig, aber auch sehr schön. Der Wind wegt ein hin und her. Der Wind wegt ein hin und her. Der Wind wegt ein hin und her.